Herzlich Willkommen zu einem Nesca Racing Season 2003 Special und zwar haben wir mittlerweile über 30 Multiplayer Races absolviert in diesem Jahr und ich möchte euch heute mal einen Zusammenschnitt von mehreren Rennen hier zeigen und zwar mit der Replay Funktion. Ich werde daraus mehrere Teile machen, mal gucken, diesmal werde ich das auch einhalten, dass ich eine neue Playlist erstelle unter Special 2012 oder so, da lasse ich mir noch was einfallen und die Folgen so gute 10 bis 15 Minuten gehen. Gut, jetzt werde ich nicht lange quatschen, ich werde auch in dem Video nichts mehr weiter großartig sagen, es wird Musik im Hintergrund laufen und es werden geile Fasszenen von uns zu sehen sein. Also viel Spaß dabei und bis zum nächsten Mal wollte ich schon sagen, sondern, nicht bis zum nächsten Mal, sondern, 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 leckst mir am Arsch, jetzt habe ich mein Fahnen verloren, macht auch nichts, ich quatsche nicht mehr, los geht's. So viele Sinne zum nächsten Mal, kann ich uns jetzt respetieren, nicht mehr, los geht's. So viele, ab und dann, Leute, wenn du mit dem, deinemann Prozess stammt hast, Editorilin, hey, Pläume, bitte, ich habe auch noch mal, was ich bin. Aber ich kann mich nicht mehr, was ich habe, weil ich mir jetzt schon mal, aber ich bin so bald, wie es wach, ist mir jetzt noch krank. Ich bin jetzt noch mal, wie bei dir selbst gewählt, wear Cai, aber ich bin sicher, weil ich nicht mehr Lynn ist. So viele Leute weit weggehebe, ich bin noch nicht mehr. Bis zum nächsten Mal. 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 Ja geil. Bis zum nächsten Mal. Ja. Bis zum nächsten Mal. 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 Ja. 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 Bis zum nächsten Mal. Ja.